Das bekommt man bei uns für 40 Euro. Ab sofort bekommt jede Bestellung, die über 40 Euro ist, eine Candy-Tüte von uns umsonst. Für 40 Euro bekommst du Pocky Strawberry, zweimal Bulldog-Ramen, einmal Carbonara oder Hot Cheese, einmal Dr. Sour Strawberry Flavor, beim neuen Sortiment Oreo Frühlings Edition, richtig, richtig lecker, einmal Sour Patch Kids Extreme, nicht zu vergessen die Takis Blue Heat, der absolute Bestseller und mein Fable-Produkt. Eine Stange Nerds Rope Tropical, ein Damak Baklava, etwas Erfrischendes, ein Mountain Dew Raspberry Lemonade. Falls auch du bestellen möchtest, check den ersten Link in der Bio, denn da kommst du zum Shop. Grüße gehen raus vom süßten Shop im Netz.